Wernicke-Rode ist ein Top-Ausflugsziel im Harz. Zu den touristischen Highlights der Stadt gehört neben der malerischen Innenstadt mit Fachwerkhäusern auch das weithin sichtbare Schloss. Das Bauwerk, dessen Wurzeln bis ins frühe 12. Jahrhundert zurückreichen, erhält jetzt eine digitale Erlebnis-App. Besucher können das Schloss künftig noch intensiver erleben. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Digitalisierungsprojekt im Rahmen der digitalen Agenda des Landes. Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann übergab einen entsprechenden Förderbescheid in Höhe von 80.000 Euro an Dr. Christian Joranek, Geschäftsführer der Schloss Wernicke-Rode GmbH. Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Investitionen in digitale und touristische Infrastrukturen im Fokus. Wirtschaftsminister Willingmann sagte zu den Vorteilen des digitalen Angebots. Mit der Erlebnis-App und einem mobilen Endgerät können Gäste in Zukunft das Schloss in Wernicke-Rode mit seiner wechselvollen Geschichte auf unterhaltsame Weise kennenlernen. Das Land erhofft sich, gerade jüngere Zielgruppen damit anzusprechen. Die neue Erlebnis-App soll ab Ende Juli 2021 bereit sein. Zunächst mit einer Audioguide in deutscher, englischer, russischer und japanischer Sprache. Zum Start sollen Gäste die Schlosskirche und den Innenhof erkunden können. Danach folgen sukzessive bis Jahresende Festsaal, Königswohnzimmer und Porzellanzimmer. Das Schloss zählt mit jährlich rund 200.000 Gästen zu den meistbesuchten Museen in Sachsen-Anhalt. Mit dem zugehörigen Park ist es ein wichtiger Bestandteil im Sachsen-Anhaltinischen Tourismusnetzwerk Gartenträume.